Wer ist die Frau, die nichts wegwerfen kann? Nur was fängt man mit Größe es noch an? Theater, Theater, mach ich heut zu Haus, dann wird die Bude zur Welt. Ich bin ne Mietnomade, ne kleine Mietnomade, in dem ich wohne hier und keine Mieten zahle. In Australien bedanken sich die Leute beim Busfahrer, wenn sie aussteigen.